Das ist ein übergeschnechtes Schmuck. Echt? Ja, gibt's die Schmuck in Blau? Ja, das ist nicht so genau, aber... Genau, doch. Mein Vater hat das gewollt, und da waren die Griechen an den Schmuck, dass wir uns in den Schmuck, dass wir uns in den Schmuck, dass wir uns in den Schmuck sind, wenn wir uns in den Schmuck sind, wenn wir uns in den Schmuck sind, wenn wir uns in den Schmuck sind.